Was ist es, das eine Stadt besonders macht? Es ist die Möglichkeit auf ein neues, glückliches Leben. Was ist, wenn wir dir genau diese Möglichkeit bieten? Bad Kissingen, die Stadt in Bayern im Herzen Frankens. Wir vereinen Kultur und Technologie und bieten dir die Möglichkeit, Teil der Stadt zu werden. Mit 25.000 Einwohnern und einer Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent sind wir ein wirtschaftsstarker, innovativer Standort und somit eine Stadt mit Zukunft. Durch eine Vielzahl an Kindertageseinrichtungen und Schulen jeglicher Art sichern wir Familien ideale Grundlage zu beruflichen und gesellschaftlichen Entfaltungen zu. Bad Kissingen ist eine Stadt mit Charme. Eine Stadt mit Geschichte. Eine Stadt, die jährlich von unzähligen Besuchern erzählen kann und trotzdem bezahlbaren Lebensraum bietet. Bad Kissingen ist eine Stadt voller Leben. Eine Stadt, in der man sich nie langweilt. Egal ob Spiel, Action, Party oder Entspannung. Wir schaffen den Spagat zwischen Erholung und Abwechslung. Vielleicht ist es genau diese Kombination aus genau diesen Faktoren, die die Stadt zu etwas Besonderem macht. Vielleicht solltest auch du Teil von Bad Kissingen werden? Bad Kissingen ist eine Stadt von Bad Box mit Prayer Mondstra groceries. Wenn man einen Setル G�� vais an.